Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Bei der Suche nach einem neuen Trainer ist ja auch immer wieder die spannende Frage, welches Profil wird denn überhaupt gesucht? Holt sich jetzt Schalke einen typischen Feuerwehrmann, wenn man so möchte, oder doch eher jemanden, der perspektivisch eben auch erst recht dieser Mannschaft Erfolg geben kann? Offenbar ist das erstmal nicht zwingend wichtig, denn am gestrigen Tage wurden auf Schalke mehrere Trainer auch angefragt, unter anderem auch Bruno Labbadia, wo man nun auch sozusagen sich die erste Absage eingefangen hat, wenn man so möchte, zumindest die erste Absage, die öffentlich geworden ist. Denn Sport1 hat darüber berichtet, dass Schalke auf jeden Fall mal Bruno Labbadia angefragt hat. Dieser will das Amt in Gelsenkirchen aber nicht übernehmen. Auch die WAZ kann das mittlerweile bestätigen. Schalke hat eine Absage von Labbadia bekommen. Bruno Labbadia ist ja eben ein Trainer, der dann eher in den Rufrichtung Feuerwehrmann genießen könnte, wenn man ihn sich holen hätte wollen. Aber das wird nun auf jeden Fall nichts. Nochmal ist aber auch klar, es werden sicherlich jetzt und gestern auch erst recht einige Trainer angefragt worden sein. Man wird sich auch nicht nur eine Absage eingefangen, aber das jetzt mit Labbadia ist zumindest mal durch Sport1 und die WAZ etwas öffentlicher geworden als andere Namen, die dort vielleicht konkret gehandelt wurden. Sicherlich ist Bruno Labbadia eine Personale, über die man hätte sprechen müssen, was man eben jetzt auch getan hat, weil er eben gewisse Referenzen hat, die unserer Mannschaft sicherlich hätten guttun können. Aber Sport1 wie auch die WAZ sind sich da einig. Bruno Labbadia wird nicht neuer Schalke-Trainer. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.